Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite, ey Leute, live event jetzt gleich, ne. Hier steht noch eine Minute, aber mir ist dann auf dem Handy noch zwei Minuten, egal. Auf jeden Fall hier, ne. Aber, ja, also, sorry, dass ich lange keine Videos mehr kam, aber ich hatte Praktikum, ne. Da war ich halt beim Bäcker eine Woche und muss ich um zwei Stunden aufstehen, um drei muss ich dort sein. Und dann muss ich halt sechs Stunden machen, von um drei bis um neun. Äh, ja, und das war halt sehr anstrengend, ich war auch so kaputt danach. Ja, aber auf jeden Fall, ja, hier live event mit diesem großen Bär und wegen den Videos, die jetzt ganz, ganz lange nicht mehr kamen, wirklich sorry, aber ich hab grad ein bisschen die Lust verloren. Hört vielleicht grad ein bisschen komisch an, aber, ja, ich weiß. So zehn Sekunden drauf, meine nächsten sind wir noch zwei Minuten. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Oh, mein Gott. Was ist das? Hört ihr das? Ich hör das Monster. Hä, es ist unsichtbar. Bär, bitte, ich bin Team Bär. Bär, bitte, mach was. Ja, Bär. Fuck, ist dieser Monster hässlich. Bär, bitte. Bär, bitte, verteidigen Sie die Fortnite-Karte. Bitte. Bitte. Ja, töte ihn. Junge, verpiss dich. Komm, Bär. Oh, mein Gott. Ja. Gut gemacht, Bär. Ha, du Opfer. Stirb. Oh, oh. Ja. Bär, ich liebe dich jetzt schon. Hey, tschüss. Ding, da verpiss dich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Komm, Bär, das schäfst du. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ins Wasser. Ich hör's hier noch. Oh. Bär. Ja Nein Ey, ungefähr Nein Ich haue zu Gänsehaut, bitte nicht Oh mein Gott, die haben es weggeflogen von dem ins Wasser Nein, Bär Nein Komm, Bär, bitte Komm, das schäfst du, bitte Beides in Ultra angeschlagen Was war Er hat den Nächstes genommen oder so Oh Gut gemacht, Bär Was machst du? Was machst du da? Entzeltet Ist die Statue? Oh mein Gott Wo hast du das Schwert? Ja Zahnseide Wieso verschwinden da hinten die Häuser? Egal jetzt Nein, bitte bleib hier Oh mein Gott Oh 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 mein Gott Nein Nein Er hat für Unter der Statue war ein Schwert oder so Wo hast du die Waffe? Wo hast du die Waffe? Hau ab Oh mein Gott, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott